Hier stellen wir unser Allround Airbrush Set vor mit dem Kompressor Modul Air und der Airbrush Pistole Iwata HP-CRI. Der Lieferumfang bei allen unseren Sets ist so ausgelegt, dass Sie sofort mit der Arbeit beginnen können. In diesem Set befindet sich eine Pipette, 5 Reinigungsnadel, ein Reinigungspinsel, ein Textilschlauch mit ca. 2 m Länge, eine wasserlösliche Airbrush-Farbe, ein Airbrush-Reiniger, der Kompressor Modul Air ist ein sehr leiser, aber leistungsstarker Kompressor. Eine CD-ROM mit einem kompletten Airbrush-Kurs gehört ebenfalls zum Lieferumfang. Hier sehen Sie, wie der beiliegende Schlauch am Kompressor befestigt wird. Am anderen Ende wird die Pistole mit dem Schlauch verbunden. Am Gehäuse des Kompressors befindet sich ein Airbrush-Halter. Die HP-CRI hat eine Doppel-Action-Funktion. Das bedeutet, beim Herunterdrücken des Bedienhebels steuern Sie die Luft, beim Zurückziehen des Bedienhebels steuern Sie die Farbenmenge. Der Kompressor ist ein Vollautomat, das heißt, er produziert nur dann Luft, wenn auch tatsächlich Luft verbraucht wird. Wird keine Luft verbraucht, schaltet der Kompressor automatisch aus. Hier können Sie den Arbeitsdruck regulieren. Sollte sich im Schauglass des Druckreglers Kondenswasser gebildet haben, können Sie dieses ganz einfach ablasten. Sie müssen hierzu nur den Knopf unten drücken. Hier sehen Sie die Druckanzeige, an dem Sie den Arbeitsdruck ablesen können. Die Iwata HP-CRI hat eine neue Kompressor. 0,5 mm Schraubdüse. Damit können feinste Arbeiten erledigt werden. Trotzdem können aber auch grob pigmentiertere Farben verarbeitet werden. Das ist vor allem für den Modellbau wichtig, wo eher flächigere Spritzen gefragt ist. Wenn Sie möchten, können Sie auch die Nadelschutzkappe abschrauben, dann sind noch feinere Linien möglich. Aber Vorsicht, die Nadel kann so sehr schnell verbogen werden. Das sind die Nadel, die Nadel kann so sehr schön verbogen werden. Und dann sehen Sie, dass die Nadel von Rumpel ist. Dann werden Sie vom Schraubdüse mit einem Schraubdüse mit einem Schraubdüse mit einem Schraubdüse. Das ist die Nadel von Rumpel. Das ist die Nadel von Rumpel. Dann können Sie den Nadel von Rumpel ausfüllen. Die Nadel von Rumpel ist die Nadel von Rumpel. Im Lieferumfang befindet sich ein kleiner Schlüssel. Mit diesem Schlüssel kann die Schraubdüse im Reparaturfall aus- und wieder eingebaut werden. In diesem Set befindet sich unter anderem eine deutschsprachige Anleitung für die Pistole und für den Kompressor. Mit diesem Set bieten wir ein Werkzeug, das extrem universell einsetzbar ist, von feinsten Arbeiten bis auch zu mittelgroßen Flächen.